Sollte ich mich dann gerne aus der Bundesrepublik, die sich in den neuen Prozess wieder hoffen, wenn wir das in der Bundesrepublik zusammenzuschauen, wenn sie auch noch mal rein und alle stehen, also was ist denn? Vor Arbeit ist es hier schon gestohlen, das ist super. Ich habe gedacht, ich war so geschreckt, ja, und da war es jetzt im Frühstück, als ich nicht mehr so. Also, ich bekomme aus dem Monat raus, was ist denn geschehen, und was ist denn der Bundesrepublik, den Zeichen, und was das in der Bundesrepublik zusammenzuschauen, in der Bundesrepublik zusammenzuschauen, Ja, ich weiß nicht, was das ist. 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 Ich weiß nicht, was das ist.